Bei Dillard gibt es natürlich die unterschiedlichsten Arbeitszeitmodelle. In meiner Position als Manager habe ich einen All-In-Vertrag. Ich mag, dass es sehr abwechslungsreich ist. Das bedeutet, zum Beispiel an einem Tag habe ich drei Kundentermine auf drei Projekten und reise im Prinzip durch Wien von Kunde zu Kunde und muss immer wieder im Kopf umdenken. Und am nächsten Tag bereite ich das Ganze nach und sitze den ganzen Tag im Büro. Wenn einfach mal mehr zu tun ist, wenn der Klient etwas dringender braucht, dann bleibt man länger. Wenn weniger zu tun ist, kann man natürlich auch früher gehen. In Anbetracht unseres neuen Konzepts hat jeder zwei Bildschirme. Das heißt, wer möchte, hat sogar drei mit dem Laptop. Wir haben eine sehr produktive und positive Arbeitsweise, wie wir zusammenarbeiten. Das ist auch bedingt durch unser Open Workspace-Konzept, indem wir mit unterschiedlichen Abteilungen, zum Beispiel aus dem Human Capital Advisory, auf einem Stockwerk zusammenarbeiten und so auch mit anderen Bereichen immer in den Austausch kommen. Die Lage von den Leuten ist natürlich ein riesiger Pluspunkt. Das heißt, es macht natürlich Spaß, im ersten Bezirk zu arbeiten, einfach wirklich gut erreichbar zu sein, einfach auch eine Fülle von Restaurants zu haben. Die Benefits, die wir haben, sind die Mittagsessensbons. Das macht, glaube ich, auch den meisten Mitarbeitern eine große Freude im ersten Bezirk, wo die Preise teilweise doch gehoben sind. Bei uns gibt es auch Mitarbeiterhandys, die jedem zur Verfügung stehen. Das vereinfacht ganz einfach die Kommunikation. Und als Fringe Benefit stehen sie uns auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.